Hallo, wie ihr seht, ist dieser ganze Bereich am Faro abgesperrt, weil hier eben, wie schon erwähnt, so eine Auszeichnung von Mitarbeitern der Polizei stattfindet und sich selbst. So, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, ich grüße euch, grüße alle, alle meine lieben Freunde, die ich lieb habe.